Da sind wir wieder. Heute spielen wir ein weiteres Demo. In diesem Fall heißt es Karma. Es spielt in Ostdeutschland in den 80ern. Es ist Horror. Ich meine sieht man auch schon ein bisschen an der Stimmung. Finde ich jetzt auch atmosphärisch sehr schön an diesem sonnigen Tag das zu spielen. Und wir gucken einfach direkt mal rein. Los geht's. Ich habe beim Starten schon gemerkt, dass die Ladezeiten ein bisschen länger sind, aber das soll ja jetzt nicht stören, das ist ja nur eine Demo. Ach ja, aber es ist auf Englisch, auch wenn es in Ostdeutschland spielt. Oh, das sieht nicht gut aus. Au. Okay, los geht's. Objective updated. Tab for check. Okay, was ist mein Objective? Leave the room. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich gucke mich erst mal um. Umdrehen? Ja, okay, sehr schön. Gucken wir hier rein. So viele Kassetten. So viele Kassetten. Irgendwas hat es ja mit den Kassetten auf sich, sonst wären die ja nicht überall. Aber das fällt mir vielleicht noch heraus. Oder auch nicht, je nachdem, wie lange diese Demo geht. Oh, ein First Person Spiel, wo man sich selbst im Spiegel sehen kann. Das ist tatsächlich seltener, ist mir aufgefallen. Finde ich aber cool. Mag ich. Ja, das sieht nicht gesund aus. Hat schon so ein paar Cyberpunk-Elemente auch so mit diesen Sachen auf dem Arm und so. Nur, dass die Welt halt überhaupt nicht Cyberpunk ist. Mhm. Interessant, steht das nicht normalerweise draußen. Aber okay. Jetzt haben wir hier noch. Das ist eine Diskette. Hier liegt ein Zettel. Read. Handwritten notes. Hospital room. You people won't succeed. Come to the transition room after calibration. Mhm. Da steht noch was auf der Rückseite vielleicht. Okay. Die Vorhang ist gerade aufgegangen. Gucken wir doch mal eben nach draußen. Eih, da liegt einer. Huch. Ah ja, okay. Ich dachte gerade erst, das ist ein Barker, wann scheint ist das ein Feature. Das die Dinge verschwinden und wieder auftauchen. Vielleicht sehen wir ja, also nicht interessante Sachen, sondern vielleicht sehen wir ja in die Zukunft oder in die Vergangenheit oder ähnliches. Ist die Tür einfach aufgegangen? Na gut. Das sieht aber nicht wie ein normales Krankenhaus. Ist jemand da? Das ist jetzt mal eine feine Calibration. Da ist er ja. Das war einfach. Ich fühle mich nicht ganz auf. Okay. Special Agent. Ich will mir jetzt mal umgucken. Audio Calibration. Oh. Okay. Na gut, dann fangen wir hier an. Performing Visual Calibration. Ah. Okay. Das ist cool gemacht. Statt, dass man das vorher beim Spiel einstellt, stellt man das jetzt hier ein. Aber ich übernehme das einfach so. Das gefällt mir gut. Please go to the table. Definite! Das war ein Ausatmen. Das war die Augen auf. Das Autor Dawn wird korrigiert man das sip tun. Das macht. Wir sehen uns überhaupt nicht nur ein Caier spät. Wir sehen uns über den Himmel. Der Sonne ruhig, schauc hybeisch. Das Ai-maß macht das aussena. Ich ber 총 aus wurde auf ihren United. Beken in erhöhen. Die Fernsehen auf die Fl Isso. Die Seine staten schrinde. Unter das Schraarschen. Ich glaube, die erzählt noch länger eine Geschichte. Dankeschön. Ich habe die Musik ein bisschen runtergedreht, weil mir das zu sehr in den Ohren sonst wummert. Aber man hört sie immer noch sehr schön. Was ist der denn hier? Ja, machen wir. Stehe. Ah, Field of View. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich nehme mal ein bisschen mehr, das ist ganz angenehm. Das ist klar. Das ist wirklich kreativ umgesetzt. Das gefällt mir sehr gut, dass man einfach die Option im Nachhinein erst hat. Also während man schon im Spiel ist. Das finde ich sehr schön. Ui, da hing es gerade kurz. Okay, was ist hier? Ach, der Transition Room, genau. Freezer Room. Das sieht irgendwie nicht so aus, als sollte es so sein. Okay, es ist irgendwie hier. Experiment Records. Cultivation Room. Test Subject PDM 1325. Stage. Potted. Model. Third Generation Proto. Quantity 3. Experimental Objective. Observe if the Third Generation Proto will acquire better emotional stability when the duration of potting is increased. Note, some subjects may wake up earlier than expected. Please discard these immediately. Interessant. Oh, hier ist ein roter Knopf. No trespassing. Das sieht aus wie ein Haufen Leichen. Oder was auch immer die hier veranstaltet haben. Die Fliegen sind ja krass detailliert. Hilfe. Oh, die bewegen mich. Ist das so eine Aufzuchtstation irgendwie für menschliche Dinge? Da sitzt einer draußen. Hi. Can you help me? Muss ich irgendwie ducken? Nee. Ich glaube, der redet nicht mit mir. Okay. Okay. Transition Room. Hier müssen wir hin. Zu. Okay, also ist das... Ist einfach umgefallen. Also hat das hier doch alles so seinen Sinn, wie es aussieht. Ah, der hat auch diese Löcher im Arm. Erinnert mich ein bisschen an... Erinnert mich ein bisschen an... Ähm... Benefes, dieses Sky. Weiß das jemandem was sagt. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Ziemlich alt schon. Die haben auch unter anderem Baffe mit Fluchgumme. Und da hast du auch eine Stelle relativ am Ende. Okay. Ähm, da hat man auch eine Stelle, wo man so einen Körper quasi benutzt, um da seine KI einzubauen. Das ist auch sehr interessant immer. Gut, dann... Paschen wir mal an der DOR. Oh, er ist schon deutlich düsterer. Find her. I am unimportant. You have to put an end to this. I... I just woke up in the room over there. Ha, looks like you're finally awake. Do you know what this place is? Yes, of course. Two years we don't have the time for an explanation. I have a seat on that chair for now. I'm working on something else. Da soll ich mich draufsetzen? Freiwillig? Ich weiß ja nicht. Guck mich mal kurz um. Da liegt auch wieder so ein Korps rum. Ja gut, hier ist glaube ich nicht mehr. Na gut, dann setzen wir uns mal hin, ne? Oh. The most important part is... You have to get out. No. We all have to get out of this place. Wait. Who are you? What are you doing to me? Why can't I recall anything? You don't know who I am? Mother didn't tell you? I have no idea what the hell you're talking about. Who the hell is mother? I swear to you, I don't know a thing about you. Well, that's impossible. For half my life I have been serving her one after another. You have never succeeded. None of you have. I put in so much effort to leave messages on the other side that none of you seem to care about them. Hey, listen. This might be a misunderstanding. There are things I can't call to mind. I arrived here by accident. I can't be one of those people you speak of. Only people can pass through the abyss. I cannot. I am trapped here forever. My memories... Wait. You're saying you've lost your memories? Yes. That's what I've been trying to tell you. I woke up in a room, passed through calibration, and ended up here. Und jetzt wurde ich an einem Stuhl festgemacht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Useless people out there. All they care about is doing their jobs. Perhaps... I'm saying... Perhaps... You... May succeed... If you wish to retrieve your memories. This thing can help you. No. You won't be lost forever like them. They're failures. Finding my memories... No. I think you've got the wrong person. I've explained it so many times. I did lose my memories. But I'm not one of those people you speak of. Listen, Abba. I don't know how you ended up here. Nor do I care. What you got here. That means it's your mission. You must find your true memories. You're insane. What are you doing? Hey. Look at me. On the other side. In a different form. Good luck, Daniel. Oh, wie am I now on? Ich will jetzt nicht mehr Musiker rechnen, was schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Interessant, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Das wird noch spannend. Ach, schon wieder. Das hat jetzt was von den Lovecraft-Spielen. Irgendwohin im Wasser, ein Monolith. Definitiv. Nur, dass ich einen Kassettenrechroller dabei habe. Finden wir es raus, ne? Okay, was ist mein Objekt? Find a suitable item for synchronization. Eine Wallet? Mal angucken. Daniel McGovern, 26. Mai 65 geboren. Roam Agent. Leviathan Ford. Borough. Social Level C. Okay. Interessant. Das andere ist an ID card that indicates the social level of sea. Grand success to certain equipment. Das hat wirklich ein bisschen was von Benefit Steel Sky. Kann ich sehr empfehlen. Also gerne mal nachgucken. Das ist, wie gesagt, ein sehr altes Point in den Klick. Aber es ist immer noch relevant. Und sehr schön. Oh. Hm, verleggend. Ein Eiskinder? Nee, ist das irgendwie... ...Alo oder so? Oder ne Schüssel. Ah, ne Spieluhr. Schön. Und warum ist Blut drin? Was ist der Testsobjekt, Stegers? Moment, wie immer. Von jetzt auf werde ich die Körper über diese Zeit verbreiten. Du siehst sie in kaltes Storch. Entstanden. Professor, ich kann so, dass sein Körper noch von der Dasein-Injektion mutiert. Dasein? Wir versuchen unser Bestes zu verbreiten. Wir versuchen unser Bestes zu verbreiten. Entstanden. Professor, ist da eine Art von der Dasein-Injektion zu freien? Von dieser großen Körper? Just wie du... No. 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 Don't kill me. Don't kill me. Don't kill me. Okay, Subjective, Leave from the Monster, Klassiker. Kann ich unter den Tisch kriechen? Nein, kann ich nicht. Shawn Mendes, heißt das nicht ein Sänger irgendwie so? Das wird jetzt spannend. Oh no no no. So kann ich mich nicht unter dem Tisch verstecken. Was ist das? Das sieht echt nicht gut aus. Wollen wir mal, dass wir hier keinen Krach machen? Gar nicht so einfach. Diese Dose ist grad schon weggerollt. Der Kopf von dem Monster raucht. Ich hab das Gefühl, ich muss gleich rennen. Ich hab ja gesagt, ich muss gleich rennen. Der rennt aber nicht schnell. Das ist immer eine gute Idee, in den Keller zu fliegen. Okay, pass ich da durch. Okay, pass ich da durch. Ist das eine Weihnachtskette? Ich glaube, ich muss der Weihnachtskette folgen. Machen wir mal. Nein, aber... Was ist denn hier? Blue bottles. Okay, ich nehme mal bewusst diesen Weg. Ah, hier liegt eine Zeitung. Genau, wir lesen jetzt erstmal eine Zeitung. Rumor, ventilation duct, a chance to get more blue bottles. At 23, 23, every Thursday night bring any object of value to the loyalty parking lot at 3rd Main Street to exchange it for blue bottles based on the value of the object you've brought. Okay, ich muss schon mal eine Richtigkeit haben. Medicated electricity. Okay, abgefahren. Aber mal gucken, ob wir da noch mehr Infos kriegen in diesem Demo. Alter Drucker, das ist echt schön. Richtig schön retro, aber er spielt ja auch in den 18. Wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, ob es nicht auch ein bisschen mit den Zeiten spielt. Tatsächlich nicht. Jetzt, wo man so die Erinnerungen anscheinend wiederfindet. Geschwärtsste Texte. Find a way out of the real space. Ja, das sieht wirklich weird aus. Ich meine, was ist das? Ein Computer? Okay, Arbeitsplatz mit einem Drucker. Aber warum ist dann eine Überwachungskamera? Das ist ein bisschen merkwürdig. Eine Hundestatue, die etwas im Maul hat. Equipment Disposal Notice. Employees have recently complained that some equipment is malfunctioning. Place any equipment with display issues, such as color signal bars, in the designated disposal area. All that is not working shall be discarded, be it humans or machines. Stay healthy and work hard. Das ist ein Weihnachtsbaum aus Monitoren oder Fernseher oder Monitore eher. Obey. Es erinnert mich gerade so ein bisschen vom Aufbau her an Control. Auch ein sehr cooles Spiel, nur um das mal kurz anzumerken. Aber da hast du auch so richtig weirde Räume. Okay, der hat auch was. Employee Diary 1. I've been seeing a creepy young man around lately. Is he the new intern? My mental state is really... Oh, der Kompass. Happy holiday. Das Ding redet mit mir. Okay, ich wollte aber erst das hier fertig lesen. Um, my mental state is really deteriorating. I've drunk six blue bottles today, but I still feel tired. Must be because of the kid. Why does he keep staring at me with the creepy smile of his? He even followed me home. Is he from the company? Whatever you're trying to do, I'll show you. There's no one there, but he was just standing right there. Okay, interesting. Ja, happy holiday. Gucken wir uns mal an. Ja, und was mache ich jetzt damit? Okay, aber erst mal das hier noch angucken. Um, employee surveillance log. Did you hear someone from the 13th floor was isolated for treatment? No, what happened? They say he overworked to the point where his head is, you know, he kept saying that someone's following him, but surveillance showed that he was hallucinating. Poor guy. Okay, speaking of being followed, have you heard the rumor about a ghostly black car? Tell me more. There's a black sedan with no license plate going around, grabbing anyone walking alone on the streets. Ah, das Auto war sie am Anfang gesehen haben. By the time they show up again, they've either been fed some strange drug or had some organ stolen, and none of them remember anything at all. My friend said he's seen it with his own two eyes. I think the company's behind it all. Handwritten words, handled, and remember to verify the field support. Interesting, okay. Hier geht's nicht so mit rechten Dingen zu. Das ist auch sehr interessant. Hier stehen einfach nur Schuhe. Aber an dem Stuhl ist eine Kamera befestigt. Das ist wirklich ein weird space. Okay, hab ich ein bisschen schon Ahnung. Oh, der hat auch noch was. Oder? Oh, nee, das ist noch nicht noch eine Report. Employee Diary number 2. 13. I've decided to go ahead with the surgery. Newspapers have reported that excision is a simple and safe method that can effectively treat all mental disorders, and that patients can resume normal work very quickly after the operation. In fact, I've been feeling depressed ever since I broke up with my girlfriend. I forced myself to work constantly in an attempt to forget, but that seemed to backfire. I just ended up becoming more anxious instead. I hope excision can help me. Though I feel somewhat uneasy, surprisingly, the company made an exception to give me a day of sick leave. Might as well give it a try. 17th. I'm going to have the surgery today. I hope everything will turn out okay. 19th. I feel calm. Very. Good. 23rd. Work. Work. Feels good. 25th. Work. Ah ja. So ein Treatment ist das also. Dann schmeißen wir mal den Fernsehermel auf den Graveyard. Das möchte er ja. News. Ah. Compass. Das war got ne Creepy Wobländer. Ah ja. Okay. Wealth without work. The seven social sins. Okay. Pleasure without conscience. Knowledge without character. Commerce without morality. Science without humanity. Worship without sacrifice. Politics without principles. Also warum schlackern die denn jetzt mit dem Maul die ganze Zeit? Sind das die Mitarbeiter? Leute? Tipp jetzt mal drauf. Guck mal durchgehend. Ach es ist eine Tür. Okay. Be aware of the television announcement at all times during work. Ich habe echt noch keine Ahnung um was es hier geht. Aber es unfoldet wahrscheinlich sehr langsam. Kann ich das irgendwie klicken? Kann ich das so irgendwie klicken? Ach. So. 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 Based on the needs of Leviathan Corp, the company has made the following decisions and arranged needs. All scheduled holidays will now be converted to workdays and will not be recorded as overtime for preparations of payroll or salary. We hope that employees in each of the departments will take advantage of this fantastic opportunity to improve your professional capabilities, home and or but that's a bit too fast. I work to ensure that the cooperation of profits increases as well as your own personal salaries. Disclaimer. Überwachungs... Ähm... 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 Okay. Muss ich das jetzt stempeln? Ähm, ja, so eine Überwachungsfirma. Ähm... Oh, jetzt stempeln wir. Ähm... 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 Und, um... The Paradise Community. Do you suspect that your fellow colleagues are just as distracted from work as you are? sofaboy? Space with meca Opt expectations... Ich bin sicher, ein bisschen Wissen. Vielleicht sollte man ein bisschen freshen, bevor du weiterfühst. Du musst ein bisschen mehr Fokus. Gut, okay. Das ist ein Platz für die Mosse. All emotional distractions ... Der Lack of enthusiasm disappear. The end result is a very positive ... ... frame of mind, allowing you to experience ... ... peak performance ... ... 96% ... ... von ... ... ... ... Das ist interessant. Wenn ich nicht das Stempelkissen benutze, sondern einfach versuche weiterzustimmen, kommt das alles? Ich glaube, es wird das Stempelkissen benutzen. Das ist super interessant, das... Das mache ich richtig was mit dem Hören irgendwie. Guck jetzt einfach mal ein bisschen. Das wiederholt sich aus. Okay, dann nochmal von dem Zeug trinken. Interessant, ich frag mich gerade, ob man noch was anderes machen kann. Und dann quasi zu entkommen. Oh, da kommt was. AnRETTY E적. Эmergency notice. What is this? This work shows a real lack of competence on your part. We have found a perfect solution to these common issues. Blue models, the main reading is... Sure, shit of advice. Maybe you should try and freshen off a bit before continuing to work. Okay, da ist jetzt nicht mehr so viel drin, wenn wir gucken. Becoming more productive member of your team. All of them will show distractions, a lack of enthusiasm disappear. The end result is a very positive frame of mind, allowing you to... Can you talk back? Can you talk back? Yeah. Yeah. Yeah, ugh. Performance. Ninety-six percent. This is something to watch back. Yeah. ...cent of consumers as well as our players... ...catches... 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 Krass. Also richtig krass. Okay, hier sind Zettel. Gucken, was das steht. Drug SH507 analysis report. For authorized personnel only, please destroy this document according to procedure VTL5 after reading. Do not circulate. Increase the concentration of SH507 in blue bottles as requested. This drug alters the transmission of monoamine neurotransmitters to induce heightened focus and obedience while lowering the sense of fatigue. Krass. According to the results of a comparative laboratory study, the blue vial group showed a 38.2% increase in productivity compared to the control group. It should be noted that this drug has notable side effects including moderate addiction and subjects may exhibit anxiety and irritability once the drug is withdrawn. Joach, äh... Wäre mir nicht aufgefallen. Ich hole mich nicht durch. Ist hier lang. Vielleicht sieht er deswegen auch ein Monster? Vielleicht ist das ja gar nicht da. Hm. Wollen wir mal. Gehen wir mal zurück. Mal wieder in den Weird Spits. Was? Also bisher definitiv mehr ein Psychological Horror als, äh... Also dieses Typische, ne? Also es ist krass. Abherz острs Nelonika. Ach secrets. Musik Ich lasse. Es ist schlaf, nach dem wiederzellert. bee recognise die Alte? okay, dann darfst du mehr è lipstick, Wassertight vielleicht heißt alles. Aber bitte compte versteck. ich brauche ein item, vielleicht ein kopf es sieht sehr heiß aus und da steht ganz oft help ah ne ist ein freezer, ok steckt das dem jetzt mal auf den kopf, ist ja auch so ein klassiker das klingt fies oh, darum gehen wir mal lieber, oder? oh, muss glaube ich in eine andere Richtung ah, hier ist ein Tür aufgegangen, sehr schön das alles in seinem kopf ist, quasi so eine episode, wenn man dieses blue bottle zeug trinkt wow, ok ich wette, oh ja, ja muss im Fernsehen bestimmt folgen, wollte ich gerade sagen das ist wie in einem Albtraum, wenn man nicht schneller laufen kann da schlackern die ich wusste doch der humpelt das ist nicht real, das kann nicht sein das kann sein nein, 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 nein nein, 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 nein nein, 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 nein Das ist der Fall, ok. Auch ich. Das Monster macht mich verloren. Meine Familie. Ich habe etwas Schreckliches gemacht. Ich fühle mich... Aber das ist jetzt nichts. Das ist jetzt passiert. Die einzige Person, die mir glaubt, wird mir sein, ist der Vorbüro-Büro, der mich überrascht. Das, was ich gesehen habe, hat nicht die Wahrheit gezeigt. Die Schlüssel zu lösen, das alles in der Mitte liegt. Die Dinge, die ich noch nicht gesehen habe. Sean. Für dein Kind, und für dich selbst. Wir machen ein Gespräch, Agent McGovern. Wenn... Ich sage nur, wenn... Ich versuche mir, dass die Vorbüro-Büro die Kinder von diesen Schrecklichen Dann, ich zeige dir die Wahrheit über diesen Monster. Mutter. Ich benutze meine Autorität als der Vorbüro-Büro für Grace Mendes. Die Vorbüro-Büro hat sich informiert. Interessant. Ich kann wahrscheinlich nichts anderes tun, außer das Ding hier auch wieder aufsetzen. 5... 4... 3... 2... 1... Synchronisation complete. Das ist also ein Thought Agent. Okay, und das war das Demo. Krass. Was? Oh, noch ein Lied. Oh, das lasse ich mir laufen. Ich bin mir schon. Ich bin mir über die Blüroh-Büroh-Büroh-Büroh. Es gibt dich. In das Leben. Ich bin mir von dir. Das ist das, was ich mir noch mal. Ich bin mir noch mal. Ich bin mir von dir. Ich bin mir von dir. Ich bin mir über die Blüroh-Büroh-Büroh-Büroh-Büroh-Büroh. To be alive Oh, 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 oh Oh, oh, oh Daniel, wake up Where the hell am I? When the Leviathan Corporation came, everything changed. We brought hope. This mother that you all worship, has she made this city any better? He has lingered too long at the gate of death. How do you know if his consciousness is still in his body anyway? Tell me. Do you think a glimpse of a memory is the absolute truth? You don't get to choose to see the events that led up to these memories, or what transpired after. You should know more than I do about how Leviathan operates. Why don't you kill me? Because you're a good person. Whether it's in this space or another space, you're a good person. What's going to happen next? You... Will you help me? You just don't know it. Thank you for playing. Cool. Hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Einfach weil, also es wird so als Horrorspiel angeworben, aber es ist halt dieser Psychological Horror und es macht einfach was mit jemanden, wenn man das spielt. Das ist wirklich sehr intensiv gewesen. Also, völlig anders als das, was ich zuletzt gespielt habe in Cannitation. In Cannitation? Whatever. Auf jeden Fall, da ging es ja eher um so chinesische Mythologie, die sich halt in Horror abbildet und hier hat man einfach ein ganz krasses Gegenteil. Hier hat man so ein bisschen einen Zukunftsausblick auf etwas, was sein könnte. Und das ist halt alles so sehr schön verpackt mit dem Protagonisten, der eben dieser Thought Agent ist. Sehr cool. Also, da freue ich mich tatsächlich drauf, wenn es rauskommt. Das würde ich definitiv gerne auch komplett spielen. Das hat, Spaß klingt jetzt hier vielleicht falsch, aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Kann ich sehr empfehlen, einfach auch mal so reinzugucken. Die Demo vielleicht mal selber auch zu, wie nennt man das, zu erleben, einfach. Ja. Schön. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen bis hierher und melde mich bald wieder mit noch mehr Demos. Vielleicht auch ein weniger quietschenden Stuhl. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Den muss ich mal einölen. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch was. Ciao.